Die Westerzgebirgische Leistungsschau, die vorher schon in Aue und Schneeberg stattfand, war am Samstag in Wernusgrün zu Gast. 35 Aussteller präsentierten im Saal und auf dem Außengelände des Brauereigasthofes ihre Angebote. Ausrichter war der Verein Zukunft Westerzgebirge. Der verkörpert die lokale Aktionsgruppe der Liederregion Westerzgebirge, die sich über die Landkreisgrenze vom Erzgebirge ins Vogtland erstreckt. So lässt sich auch der Veranstaltungsort Wernusgrün erklären. Aussteller bei der Leistungsschau waren Handwerker, Vereine und Organisationen der Region. Auf der Bühne wurden ganztägig verschiedene Liederprojekte vorgestellt. Die vom Verein Zukunft Westerzgebirge betreute Region umfasst ein Gebiet von 675 Quadratkilometern mit 19 Städten und Gemeinden. In diesen Orten leben rund 140.000 Menschen.